Ja, viel brauchst du nicht mehr, dann hast du ein Level ab. Dann bin ich unbesiegbar. Ey, ich wette mir, du wirst sofort auf die Mäher Lebensendecki gehen. Natürlich. Hab ich das schon angekündigt? Wenigstens irgendwie noch so einen... ...Hit irgendwie abhalten kann. Sehr stylisch. Sehr, sehr stylisch. Ach, da ist ja schon wieder so eine Krabbel... Lauf weg. Vielleicht kann ich einen Punkt erhalten. Oh, wo kommst du jetzt her? Oh, ich glaub der Frosch ist abgehauen, oder? Die Maultasche die. Meinst du? Na, Tatsache. Ach, das war immer so. Ich warte einfach nur, bis die Gegner weg sind. Und dann hole ich mir mein... Ach, das ist schon wieder so ein Meditärpunkt. Und ein Levelaufstieg gewonnen. Yay! Vielleicht kein Baum. Gibt's denn also überhaupt alles? Sprintattacke. Machtaufstimmung. Lebenspunkte. Überragendes Blocken. Naja, komm. Lebenspunkte. Flaxen mal Lebensenergie erhöht um eins. Flaxen mal Lebensenergie. Es wäre jetzt irgendwie traurig gewesen oder witzig gewesen, wenn hier diese komische Krötenfrasche direkt vor meiner Nase gespawnt wäre, bitte. Äh, komm. Oh! Hast du auf da? Hast du auf? Der kann sich einbuddeln? Eigentlich will ich da auf dieses Gebüsch da. Kopflos. Mal hier vielleicht irgendwie hoch. Oder ich brauche hier tatsächlich irgendeinen Sprung-Upgrade oder so, dass ich da hinkomme. Äh, äh, äh. Ich weiß, hier gibt's jede Menge Backtracking-Geschichten dann auch noch. Hm. Ist normal. Wenn ich mit denen anlegen will? Will ich. Okay, ich bin aber definitiv schneller. Ja, und gleich kommt dann wieder so ein Krötenfisch da um dir, gell? Als Schirmherr von diesen kleinen Kreaturen. Na komm. Meinst du ein Fickfrosch? So ein Fickfrosch, ja. Hm. Ah, okay. Was ist das? Willkommen. Du darfst jetzt an Wände entlangrennen. Wann mach ich das? Ich hab keine Ahnung. Versuch's erneut. Es ist schwierig, Meister. Ja, der Weg ist sehr schwierig. Es mag unmöglich scheinen. Aber mit Beharrlichkeit überwindest du jedes Hindernis und mit der Macht als Verbündeten. So meisterst du jeden Pfad. Gut. Versuch jetzt mich zu erreichen. Wie ihn erreichen? Kann man hüpfen, oder? Oh. Fokussieren. Ich laufe und springe auf zerfurchten Wänden. Jetzt hab ich das irgendwie dazu verstanden. Was soll ich jetzt machen? In erster Linie deinen Meister einfangen. Ach so, okay. Bin schon da. Gleich. Erneut. Auf ein neues. Kannst du doch von vorne anfangen? Ah, schön. Okay, da weiß ich jetzt wenigstens, wie du an diese Ranke rankommst. Wenn du grad eben nicht reingekommen bist. Vorher hast du gesagt, du meisterst das mal. Ja, Moment mal. Ich muss einfach mal einspringen nach anderem, ja? Also, hättest du mich net? Ich hätt's doch gar nicht. Ich sitz da. Ich weiß nur, für das nächste Mal mach ich mir erst mal schönen Tee. Das hab ich nicht heute vergessen. Geschafft. Mit Beharrlichkeit und der Macht als Verbünde. Ich erinnere mich an alte Tricks. Dann lauf du noch mal zurück. Ich glaub, dann kannst du dir nicht die Kiste holen. Ist hier vorne dann noch irgendwas? Ne, sieht nicht so aus, oder? Aber da geht's eigentlich noch hoch. Es hört sich auch so ein bisschen gefährlich an hier. Oh Gott. Ich will doch mal gucken gehen. Irgendwie hochkommen. Ah ne, da komm ich nicht hoch. Kannst du aber jetzt theoretisch, wenn du dich jetzt an die Wand ranhängst, zum Laufen weiter hoch hüpfen? Bäh. Also, so ein bisschen ja. Boah. Boah, das geht, ne? Aber, da komm ich nicht ganz hoch. Vielleicht ist es aber, vielleicht ist es ja auch so ein Skill Trick, dass man hier wirklich, wenn man das optimal erwischt, dass man hier hochkommt. Meinst du, das Spiel ist so fies? Ne. Das ist doch von Disney. Ne, ist ein Soulslike. Ein Soulslike von Disney. Da hatte der Disney, glaub ich, noch nicht die Finger im Spiel. Zeigst du mir die Abkürzung nochmal? Jetzt haben wir irgendeine Abkürzung. Okay, Moment mal. Da ist links rum. Und dann hier wieder über das Seil. Okay. Also, und... Da wollten wir gucken, hier noch. Ja, da kommst du jetzt locker an die Ranken ran. Ich glaube, da unten ist auch noch was drin. Ja, ja, genau. Da unten ist auch noch was. Aber hier oben komm ich doch gar nicht hin. Sicher? Ja, Moment mal. Wenn wir jetzt runter gehen... Jetzt runter am Scheiße. Ah! Lass du da mal... Ich meine, ich müsste doch hier irgendwie da... Du kannst von der anderen Seite einfach hinrennen. An der Wand. Oder? Dann einfach nur richtig fallen lassen. Ach so. Ach so. Ach so meinst du das? Okay. Du warst schon auf der richtigen Seite. Oh. Oh. Brauerspiel beginnt. Wir hatten doch ganz am Anfang auch nochmal schon mal so irgendwie so Wände gesehen, ne? Ach so. Und da jetzt dann rüber. Okay. Genau. Und jetzt wieder zurück. Und richtig fallen. Also im richtigen Moment einfach fallen lassen. Und dann solltest du doch da ran springen. Oder? Klemme... Kannst du dich da einfach ran hangeln? Hä? Warum macht er das bei B jetzt auch? Oder oben hin hangeln, runter fallen lassen und dann wieder festhalten. Ja, das war eigentlich so auf der Plan. Kannst du dich so direkt an der Kante dich einfach hinhängen? Geht das nicht? Na guck mal, geht doch. So ein bisschen. Aber da ist ja... Das Ding ist halt irgendwie so... vom Winkel her so blöd. Also die Dinger gehen ja bis ganz runter. Kann das sein, dass du einfach nur wirklich, so wie wir es gerade eben probiert haben, hoch springen musst? Meinst du jetzt von hier unten oder was? Vielleicht von der... Genau. Und da heißt von der Wand einfach immer höher springen. Wenn dann der Wand hängt... Hier geht's nicht. Ach, hier geht's gar nicht. Hier geht's gar nicht. Sehr fies. Geht nur da, wo diese Rillen quasi in der Wand sind, diese richtigen. Oder? Moment nochmal. Oder muss ich hier vielleicht da? Und liegen durch? Moment, wo bin ich denn jetzt hier? Ja, das könnte ich hier. Ah, ja, ja, ja. Guck mal, weil hier sind die Rillen da noch an der Wand. Die führen da hinten dann da rein. Oh Gott! Was? 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 Was kennt ihr da? Gute Leistung! Ein Fisch. Ein Fisch. Dort gibt's Fisch zum Mittag. na guck mal einer schau bin schon ein bisschen stolz auf mich ja gerade in diesem bereich wurde mediziert und jemand der den orten der jedi kannte so dann könnten wir eigentlich da oben rausgucken oder haben wir noch irgendwas wo wir gucken wollten nicht dass ich wüsste ich auch nicht noch mal quisi war dein erster run auch so oder war das mehr so ein stopp 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 rechts geht es auch weiter glaube ich wie rechts geht es auch weiter da oben geht noch was also irgendwas ist da oben müssen wir hier von hier ja ja es ist jetzt rein ist um experimentieren erstmal bis man die ganzen mechaniken kennt alles für die erfahrungspunkte diese tasche stammt von korosand gerade der jedi hatte ihn frustriert er kennt sich an manchen stellen wieder erst gut geht es mir nicht nur mir so wenigstens das beruhigt mich ein wenig den kampf gegen die gröde hast du den geschafft so direkt zu beginn oder bist du da irgendwann später wieder gekommen oh moment da unten ist doch noch was ne deiner körper ist geblinkert achso das ist nur so ein vieh und hier war doch glaube ich hier wo ich ach moment da die kiste also was war drin neue lichtschwerte schalter uuuhh neuen schalter ich finde oh gott coole sache es ist halt wirklich ne also ich meine ich hab dir bei der search so ein bisschen zugeschaut ich erkenne da wirklich so unglaublich viele sachen wieder alles wirklich halt die formel ist halt echt die gleiche ja das ist das große vieh da oben hast du so nein 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 der will nur spielen ja mit mir ja der tut sonst nichts hallo heil dir mal auf da pui aus da klatschen die hände hier ist noch kein wochenende deswegen bin ich jetzt eigentlich hier du folgest dem pfad ja guck mal wie hindern ist dich man kann ja hüpfen beim kampf das ist keine entlang wackelwand da ist aber noch was zum abkrabbeln ich befürchte dass deine sehr offensive herangehensweise wird dann irgendwann mal ausgetrieben was ist damit scomp anschluss muss für die bedienung dieses ok dass ich brauche da wieder irgendeinen grad weiterkommen oh gott immer werf trotzdem an kann man sich da hinsetzen und das ding beobachten das wäre cool es sieht aber schon so aus als ob man sich nicht damit anlegen möchte es kann aber auch sein dass es so ein optione an der boss ist ich kann den bunker halten was hast du jetzt gemacht ja das ist nicht gescannt das ist ein binok aha also ich sehe da eher so ein todes binok warte mal ein todes binok oder ein todes binok das kann da bin ich mir noch nicht so ganz sicher ich weiß gar nicht eigentlich wo ich jetzt hin will und warte mal wie rufe ich denn jetzt die karte auf so und wo muss ich jetzt eigentlich eigentlich muss ich doch zu diesem komischen Atomkraftwerk wo ist es da ist es ach ja guck mal und jetzt habe ich doch hier das an der wand entlang rennen ne das war doch die stelle wo ich vorhin jetzt gar nicht weiterkommen bin stimmt tadaa ein Prachtstück wettrennen hohoho dann los ich bin gleich wieder da mhm gucken wir dann nochmal kurz ein bisschen um ob es hier noch irgendwas außen rum gibt aber es sieht eigentlich nur nach dem Pfad in das Atomkraftwerk aus da ist glaube ich nix wir sind noch nicht fertig ok ok wahrscheinlich hättest du gewonnen wahrscheinlich das ist doch sowieso Moment mal kann man sich da hinhängen oh nein ok also ja nein kann man nicht auch nicht zum entlanghangeln ne das ist ja kein kein Entdeckungsadventure Scheiße Karls Verteidigung verbessert sich dadurch erleidet er durch Angriff weniger Blockaustauscher oh ja ich mach erstmal schön auf Überleben hier muss man nehmen dass nein ich kann Will ich da rein? Erstmal gucke ich mich da um. Also da du so gut spielst, dachte ich mir belohne ich mich mit ein bisschen Früchten und einer Fritz-Cola-Apfel-Kirsch-Rolunder-Mischung. Verkündet sich hier. So, dann gucken wir mal in das Löschle rein, oder? Kann ich da nochmal was scannen? Ne. Wahnsinn. Das sieht nach einer Arena aus. Jo. Das dachte ich mir auch sofort. Na? Ist der Trap? Geht's dir gut, BD? Gut gemacht. Wer du auch bist. Die Prüfung, die ich hinterließ, hast du bestanden. Und hast Zugang zum Gewölbe und dieser Aufnahme. Einem von vielen verschlüsselten Loks gespeichert in diesem Droiden. Ich bin Meister Inno Cordova. Ich kenne vielleicht deinen Namen nicht, aber deine Aufgabe. Das Schicksal des Ordens der Jedi liegt in deiner Hand. Dieser Ort, dieses Gewölbe ist ein heiliger Tempel. Erbaut von einer vergangenen Zivilisation namens Sefo. Ich meditierte hier und erhielt eine Vorahnung durch die Macht, eine Vision des Untergangs. Ich platzierte in diesem Gewölbe ein Jedi-Holokron. Es enthält eine Liste der Namen und Aufenthaltsorte junger Machtbegabter aus der gesamten Galaxis. Vor dir befindet sich die innere Kammer des Gewölbes, aber auch ein weiterer Test. Ich vertraue das Holokron nur jemandem an, der meinem Weg gefolgt ist und ihn auch versteht. Suche die versteckten Gräber der drei Weisen und lerne die Geheimnisse der Macht wahrzunehmen, so wie es einst die Sefo taten. In diesem Droiden findest du alles Nötige, um bei dieser Reise erfolgreich zu sein. Geh zur Heimatwelt der Sefo. Dort wirst du Frieden finden im Auge des Sturms. Viel Glück, Jedi. Und möge die Macht mit dir sein. Dann warst du wohl der jemand, den ich treffen sollte. Weißt du, ich war allein und das ist ja ziemlich lang. Ohne jede Aufgabe, nur versteckt. Das ist kein Leben. Nicht für einen Jedi oder einen Droiden. Vielleicht hat es hier recht. Das Verstecken hat ein Ende. Hey, kommst du mit zu ein paar Freunden von mir? Na, Krallenbrustkampf? Also, ich will ja nicht unken, ne? Aber was hätten jetzt das Hologramm gesagt, wenn ich einfach mit einem Raumschiff direkt zum Eingang geflogen wäre, abgesprungen hätte und gesagt, hallo? Ja, gute Frage. Das ist eine valide Frage, oder? Mhm. Achso, da kann ich jetzt... Und die drei Heiligen dürfen wir auch finden. Also Kaspar will ich auch bald das, ne? Wollen wir uns auch mal dem Frosch widmen? Habe ich ja immerhin zwei Talentpunkte. Und Heilung. Wir sind uns auch einig, Talent hast du unendlich viel. Ja, definitiv. Du bist liebevoll auszudrücken, auch du hast deine Momente. Ja. Ich hab gefunden, was ich sehen sollte. Immer wenn ich der Ankonstellation richtig lebe. Ja, dann bist du ja bei Star Wars genau richtig. Mhm. Es kommt doch noch was. Machst du noch nicht weiss, dass das jetzt alles war. Ah! Ah, guck mal. Fickfrosch. Du wolltest doch dein Froschi. Pass auf. Der macht aber nicht so viel Aua wie der andere Froschi. Du, dafür aber auch nicht. Ich weiß ja nicht, aber ich bin ja total niedlich wie der Zwinger. Ich kann mich grad nicht konzentrieren auf seine Augen. Das sieht so lustig aus. Voll süß. Ich hab den Fickfrosch erledigt, den ersten. Jetzt sieht doch nicht mehr so lustig aus. Also ich find das sieht sehr lustig aus. Der Octo ist ein extrem gefährlicher Gegner. Ja, find ich auch. Somit sicher der Endboss von nem Spiel schon. Ja, der Endboss, genau. Hier ist nix. So, warte mal, ich hab doch jetzt hier dieses Sologramm. Das sind nur noch hier so Türen, wo ich noch gar nicht durchkomm, ne? Geblockt. Unerkundet. Ah, das sind diese Wände hier, ne? Was die hier eingezeichnet haben, glaub ich mal. Ja, das sind diese Wege, die du noch nicht gegangen bist. Aber ich weiß ja, aber theoretisch sollte man noch da hinkommen. Warte mal, wo bist du jetzt auf der Karte? Hier. Also theoretisch müsste vorne links auch was sein. Da hier. Hier. Genau. Da wollte ich jetzt eigentlich auch mal hin. Oh. Ein Skelett. Kannst du bestimmt scannen. Mach das schon. Was ist das? Ein mysteriöses Skelett. Ich bin mir nicht so sicher, ob das so mysteriös ist. Wenn ich sehe, was für einen großen Freund wir da noch irgendwie rumstehen haben. Ja. Wir lassen eine Werkstatt. Ach so. Ach Gott. Das ist... Oder? Nee, das ist nicht. Das ist der Shortcut. Ich kann sie nicht öffnen. Was? Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Geh nochmal zurück. Warte mal. Dieses... Ja, ja. Nee, nee, nee. Kannst zurück. Aber wie beschreibe ich das jetzt? Da leuchtet doch was rot. Kannst du an den Dingern da was machen? Was? Geh mal. Geh mal. Geh mal hinten da, genau. Nö. Da kugelt noch was, glaube ich, da drin. Ach so. Ich dachte vielleicht, das ist irgendwie so ein Schalter oder irgendwas. Guck mal wieder hoch. Ja, links war das Seil, oder? Ja, ja. Aber ich will, glaube ich, gar nicht hoch, sondern ich will da eigentlich eher runter. Hier ist Max, ha? Oder zumindest mal... Ach so, Moment mal. Du willst, glaube ich, erst mal die Wand lang. Ich möchte an der Wand lang, genau. Ach, da ist der Shortcut. Oder wie? Noch mehr zum Scannen? Ach, die Karte. Mein Freund, anscheinend waren die Sefo interessiert an Datum mir. Seltsam, dass eine so friedliche Kultur diese Faszination hegt für einen Ort, der nur eins ist. Dunkel. Ich habe nicht verstanden, was der jetzt wollte. Ja, von mir. Reiseziel. Das ist wohl... Ach so. Nein, du kannst noch was scannen. Ja. Das ist übrigens Erfahrungspunkt. Ja. Weißt du, das ist so ein Hüpfelfrosch. Ach. Ja, ja. Das ist die Stelle. Das ist... Okay. Ja, dann sind wir jetzt wieder da, wo ich eigentlich hin wollte, ne? Also noch will ich da hin. Also. Wir können jetzt auch vielleicht jetzt die Kiste holen. Welche Kiste? Ach, da war noch eine Kiste irgendwo oben, ne? Zurück wird's schneller gehen. Rechts, rechts, rechts. Also links. Also, ja. Hä? Ne, warte mal. Wo sind wir denn jetzt? Ich habe die Orientierung verloren. Ach doch, da ist es. Ja, genau. Und hier ist aber auch noch mal was zum Klettern hier. Da kann ich auch noch nicht. Ja. Ach so, da kommst du direkt zum Schiff. Wo war denn die Kiste jetzt, ne? Ja, links, links. Dann musst du noch mal runter. Da wo du grad eben warst. Da ist doch noch eine. Da ist auch noch eine. Wo komme ich denn da hin? Ja, Moment. Das ist doch. Ist das nicht die Kiste? Ne. Ne, ne. Nicht die, die ich meine. Da hin. Da, da war ich doch noch nicht unten, oder? Ach, da ist die Kiste. Da ist die andere. So, und wie soll ich da jetzt hinkommen? Die? Die? Keine Ahnung. Ich habe eine andere gemeint. Ich meine, du kannst springen. Das könnte sogar hinhauen. Ne, das habe ich vorhin schon mal probiert. Meinst du? Ne, du verlierst eh nichts. Ja, das stimmt eigentlich. Ja, okay. Ein, ein, ein bisschen fehlt noch. Ein bisschen Hitpoints. Verliebt man ja doch. Hm. Warte mal. Und da könnte ich aber auch noch. Da war ich ja auch noch nicht unten da. Wo ist denn hier die gerade noch mal? Ja. Genau, das ist auch noch unentdeckt hier. Ach, da geht es zum Schiff nochmal? Ne, da ist, da geht es doch zum Schiff. Ja, aber da ist auch noch mal irgendwas unentdecktes hier. Ja, das ist der Eingang zum. Ja, 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 ja. Aber lass uns doch jetzt nichts zu weit entfernen. Dann versuch das nochmal die andere Kiste zu holen. Ob das möglich ist. Also nicht, die kannst du auch noch mal versuchen. Obwohl ich nicht so genau weiß wie. Wenn man hier rüberkommt vielleicht. Ja, doch, ne, oder? Oh, da sind auf jeden Fall mal so Wege da hinten. Wo man entlang zwirbeln kann. Das heißt, ich müsste irgendwie. Doch, ich glaube schon, dass ich das Seil hier runter muss und da hinten hoch. Na dann, mach doch mal. Oh. Ah, okay, so ist es gemeint. Ja, ja. Hältst du dich fest? Ähm. Ähm. Das war wohl nur der Schuttgart zurück. Hä? Warst du an dem Gerät schon dran? Ja, ja. Ne, weiß ich nicht. Aber da braucht man noch irgendein Item um das, um zu reparieren. Ach so. Da steht irgendwas mit Scomp Anschluss. Muss repariert sein oder sowas. Ja, aber jetzt hast du ja deinen neuen Freund. Den hattest du ja vorher gar nicht. Vielleicht kann dir das reparieren. Ja, aber wahrscheinlich nur, wenn der ein Upgrade hat. Nämlich jetzt mal ganz stark an. Hä? Ich nehm nie was an. Ich probier's einfach. Ja, was soll ich? Schau mal, da wird mir noch nix vorgeschlagen. Ich kann ja nochmal hingehen. Da. Scomp Anschluss. Muss für die Bedienung dieses Geräts repariert werden. So. Ergo kann ich nix machen. Hätte ja sein können, dass du jetzt da irgendwas machen kannst. Bin hier aber echt verwirrt. Ich dachte, ich komm hier irgendwie weiter. Es ist aber keine Wand, wo ich entlang sausen kann. Da komm ich zum Schiff. Da will ich aber noch gar nicht hin.